Ich will mir, ich will mir noch als, ich will mir, äh, wir sparen auf dem Carnifex, ne, mit Befolgungsraum mit, oder? Ja, okay. Ressourcenpunkt erobert. Wie viel brauchen wir denn noch? Zusätzliche Ressourcen erlötigt. Nein, ich brauche mehr Energie, sonst könnte ich mir schon einen machen. Ihr Schweine. Jetzt kann ich mir kein mehr machen. Überwohnen. Wiss ich nicht. Du hast hier deinen Typen verstärkt. Anforderungspunkten werden gesichert. Oh, uncool. Na gut, ich habe besser mit dem Herrscher, das reicht auch. Ressourcenpunkt erobert. Wie viel braucht der denn? 30. Ja, und? Hm? Ja, doch, was weiß. Ja? Oder bei wie viel waren wir vorher? So. Ich habe mir eigentlich noch zwei Krieger, also, so wieder, gucken wir mal. Wie viel hat denn da einen Krieger? Ganztrupp 18, glaube ich. Wie viel hat denn da einen Krieger? Ja, wir haben auch den, wir haben auch den, wir haben auch den, ich habe ja den Herrscher. Oh, ich dachte, da kommt gerade Treffer an der Heckpanzung bei dem Zerschmetter. Kannst du mit deinen Küken das einnehmen? Ja, wieso kannst du mit deinen Herrscher nicht, er ist doch über die Übereinheiten. Oh, da schießt die Panzer auf mich. Das ist doch nichts, aber. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Sieg, Ziel gesichert. Nein, nein, eine Bevölkerung, warum? Echt jetzt? Ja, 1.30 braucht er. Das ist doch scheiße. Die eine verpisste Bevölkerung. Die Verbündete, jetzt kann sie gerade wegmachen. Die Einheiten sind zerstört worden. Ich habe nur noch nicht genug Punkte. Warum kannst du jetzt in keinem Weg machen? Jetzt nicht mehr, dass es sein Versteckt war. Da sind wir von dir gestorben. Weiß? Und deshalb konnte ich kurzzeitig mir einen machen, aber ich hatte nicht genug Energie, glaube ich. Denke ich zumindest. Ja. Das ist ja nackt sein. Weil. Weil. Punkte haben wir extrem viel. Ach man. Ist da noch irgendein Punkt? Mit Bevölkerung und so? Ne, ne? Ne, Bevölkerung geht nicht mehr höher. Nei. Krieg ich das gar nicht so zusammen? Das ist ja mies. Und eine Bevölkerungspunktzahl. Voll blöd ey. Los, lass irgendwas von dir sterben. Kann ich mir eben machen. Wow. Die haben Schwami zugeschützt. Ja, ich glaube, aber das ist schon so gemacht. Das wird ja echt nicht so. Komm. Dann wollen wir das mal austesten. Dann müssen wir auch von dir sterben. Dann können wir mal testen. Schön. Ich hab mir noch nicht genug. Dann kriegst du keine Abverdauer. Punkte, ne? Ne, davon nicht. Oh. Das verdammte Gebäude ist im Weg. Das verdammte Gebäude ist im Weg. Weil so sie gut erobert. Ne, ich glaub 110 ist im Maximum. Unsere Verbündeten erleiden Verluste. Hast du grad die Imps gesehen, die ja gestorben sind? Ja. Hab ich. Gut, ne? Lustig. Das war übelstes Timing. Aber erst dachte ich versäbelte voll. Ja. Das wäre schön scheiße gekommen. Du bist so übelst Timingau und dann übelst du dich getroffen worden. Aber willst du dann nicht eigentlich mal deinen Spami aufbauen? Ich hoffe, er hat einer von deinen Stirbredner ganz heimlich mal ein Vieh machen können. Ich glaube doch, deiner. Weißt du, was ich mach? Was? Du so hinterhältige Gedanken machst, mach ich mir einfach noch einen Druck. Du Arsch. Ressourcenpunkt erobert. Wird ausgeführt. Ich bin ranu, formiert. Das blieb. Ding. Hat voll gebraucht. Ja, ich weiß. Das macht kaum Schaden, hey. Lustig. Nicht vorbeilaufen, sonst hab auch was. Ich glaub, dass die sind nicht gut, die meine Fahrzeuge. Oder. Und zack, die als Fahrzeuge zählen. Was sehr viel Sinn macht. In meinen Augen. Komm, mach das Gebäude. Jetzt wird bitte. Wow. Rauch dir endlich mal. Du hast ihn schon vorher rausgeballert. Ich will sehen, der kann nicht halten. Wie viele lustige Zahlen der jetzt hochleuchten, ey. Wenn man die angreift. Was hast du das eh gesehen? Hm. Wie ein Fahrzeug. Scheiße, die kann ich ja gar nicht mehr sagen. Vermündete Infanterieeinheiten sind zerstört worden. Oh mein. Fahrperrscher vielleicht. Na? Groß. Irgendwas blockt die Rampe. Deine scheiß Tyrantenwache blockt die Rampe. Ah. Doch. Doch. Oh nee, der kann gar nicht halten. Einforderungspunkt wird gesichert. Guck dir das an, ey. Die floggt erst mit den Schwarm her. Oh, guck mal, die kommen nicht runter. Deine Tyrantenwache sind die davor. Die wird erobert. No. Die nicht da weg. Der Schwarm ist bereit, das Schlachtfeld zu Tyranno formieren. Ich warte auf mein Karnifex neu entstanden. Lech. Wieso der Escape? Wird verbessert. Komm, lass auf Karnifex warten. Der ist cool. Ich gehe ihn sogar entgegen, der da schneller ist noch hin. Ja, mein Tierrandenwache ist gestorben. Einheiten Evolution abgeschlossen. Ja, der stirbt halt manchmal. Er kann Absorber aus dem Boden locken. Ja. Karnifex mit dem... Guck dir das an, da sind Absorber. Was? Wie macht der da denn? Mit der Stachelbürger. Ich kann nicht, ich muss sie irgendwo hinschicken, da die sterben. Komm, auch Beklappung sehen, nee. Ernst? Brauchst du die Verwirrungstelle? Ich schicke die hier irgendwo mitten in die Gegner rein. Denn sollte es klappen, eigentlich. Aber komm, guck mal, komm hier an. Abartig. Aber deine sind doch trotzdem voll, oder? Ja, aber ich kann nicht verraten, was? Die ist unwichtig. Guck mal, was wir hier haben. Wir haben halt viel Größeres. Das ist viel mehr Bums machen. Ja. Kannst du dir die jetzt machen, oder nicht? Kannst du die jetzt machen, oder auch nicht? Kann mir die sowieso noch nicht an sich für an machen. Wieso, nicht? Nicht für Bevölkerungslimit, ne? Nicht, nee. Wegen Dings. Weil wir noch keinen Hauptquartier haben. Wir haben einen Hauptquartier. Ach. Das haben wir gleich zum Anfang eingenommen. Kann man die aber nicht machen? Kannst du dir eine machen? Guck mal. Kann man nicht machen? Kann ich nicht machen, was denn da los? Bevölkerungslimit. Reicht. Ja, Bevölkerungslimit erreicht die Brot 20. Ich hab noch nicht mehr das Bild vom Carnifex oder von der Tyrantenwaffe. Ähm, drückst du F1? Ja. Ja, das macht, das darfst du nicht machen, das, denn irgendwie ist verpackt, keine Ahnung. Zeig dabei mir auch an, du musst direkt auf V-V-V-Klicken. Hab ich auch schon ausgewählt, Karma. Das ist schon ausgewählt, Karma. Ah. Ja. Hast du die Zizie? Ah ja, jetzt hab ich gelesen. Ist komisch, oder? Aber... ...Förungslimit ist voll. Anforderungspunkt wird gesichert. Aber dafür haben wir eine extrem starke Nahkampfgruppe. Und Fernkampf, nee. Aber ich meine, deine Tyrantenwaffe ist sicherlich. Ressourcenpunkt erobert. Und mit der Angriff zum Hapse machen die noch mehr Schaden. Das ist mir der...